In der Daily Soap GZS-Set küsst Elena Garcia Gerlach in ihrer Rolle als Elena Gundlach den von Wolfgang Barrow gespielten Fiesling Joe Gerner. Privat küsst sie aber ein ganz anderer. Das Krasse an der Story zwischen Elena und Joe ist nämlich dieses. Er ist nicht nur wesentlich älter als sie, sondern Joe ist auch der Vater ihres verstorbenen Mannes Dominik, der von Raoul Richter verkörpert wurde. Verständlich, dass die beiden mit ihrer Beziehung nicht so rumprahlen. Privat hingegen präsentierte die 31-jährige Schauspielerin dieses Insta-Pic. Welcher heiße Mann sie da auf die Wange küsst, ist bisher noch nicht bekannt. Aber sie scheint total verknallt zu sein. Wir werden bestimmt bald für euch herausfinden, wer der Mann auf dem Schnappschuss ist.